Sie hat eine Gabe. Maria sagt, ich befehle dir, steh auf und geh. Deswegen wohl vom Vatikan beauftragt, jene angeblichen Heilungen genau zu untersuchen. Wo Gott eine Kirche baut, da baut der Teufel eine Kapelle daneben. Dies ist nicht das Werk der Jungfrau Maria. Der Glaube an das Böse, der befehlt das Böse. Schenkt ihr eure Seelen unserer Maria!